Die Maria. Und nochmal Eckball. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen sie, bei wem sie sich bedanken müssen. Ecke kommt. Die Maria. Latte, aber die Chance lebt noch. Bei diesem Alu-Treffer lag die Führung in der Luft. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. So, geht er gleich gut los hier. So, frühes Tor. Das wird interessant hier. Schade. Da war er noch dran. Konnte aber das Tor nicht verhindern.